Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner weiteren Folge der Assassin's Creed Community. Und wir versuchen immer wieder diese Spiele flüssig zu spielen und ich würde sagen, das erste was wir machen ist uns auf die Damm zu chillen und die Karten zu synchronisieren, denn dann haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Übersicht über die ganzen Sachen und Dinge und den ganzen Fragen. Das machen wir jetzt als erstes und jetzt gehen die Framerates wieder hoch. Es ist alles klar momentan. Es hängt immer noch ein bisschen davon ab, ich wollte jetzt eigentlich in diesem Part auch entscheiden, ob ich dieses Projekt pausiere oder ob ich es weiterführe. Und momentan sieht alles danach aus, als würde ich es weiterführen. Aber das hat natürlich noch nichts zu bedeuten, denn es kann immer noch irgendwas passieren. So, immer schön weiter hoch. Äh, Digga, was machst du? Ähm, wo müssen wir überhaupt genau hin? Ich glaube wir sind relativ nah schon. Hier geht's, hier geht's gar nicht hoch. Okay, dann gehen wir mal hier um die Ecke. Mal gucken, was die hier vorne haben. Dasselbe. Dann schauen wir mal hier in der Mitte. Ja, nein, Alter. Also ich muss schon sagen, ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Da müssen wir irgendwie hoch. Aber wie? Aber wie? Oder ist das gar nicht das hier? Ja, nee, doch, das ist das. Wir müssen doch hier irgendwie hoch. Oder kann man hier in der Mitte einfach? Nee, kann man nicht. Leute, erklärt mir das. Schreibt's jetzt in die Kommentare. Denn dann weiß ich, was hier abgeht. Aber vielleicht ist da hinten ja was. Vielleicht kann man ja hier. Oh, doch, hier vielleicht. Hier vielleicht? Nee. Hä? Jo, ich bin verwirrt, Alter. Ich bin derbe verwirrt. Ah, 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 auf der anderen Seite. Da geht's. Ich glaube, hier geht das. Ja, hier geht's. Hier geht's. Ich glaube, das ist gewollt. Ja, hier geht's. Schon gefunden. Das hat ja nicht lang gedauert. So. Gleich haben wir auch die Synchronisation für hier. Wir müssen jetzt... Alter, wir müssen jetzt so gestört darüber springen. Ja, ähm, okay. Läuft. Ja. Mach ich immer. Das ist so mein Morgentraining. Das kennt ihr ja. Bestimmt, wenn ihr morgens so denkt, so, boah, ja, eigentlich könnte ich mal wieder trainieren. Ich hab ja gestern fett Pizza gegessen. Dann kann man einfach mal hier so ein bisschen auf der Notre Dame rumchillen. So. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, um die Grafikeinstellung auf hochstehen könnte, wird das wahrscheinlich noch mal viel, viel nicer. Aber da kann man natürlich nichts machen. Und da unten ist der Heuhaufen. Ähm, ja, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal auf die Map. Äh, stimmt, die ist ja hier. Ach du Scheiße, ey. Wir haben ja hier viel zu tun. Also bevor wir diese Mission hier rechts machen. Was ist... Also wir müssen erstmal die... Wie klappe ich nochmal die Legende auf? Okay. Legende. Mit L. Hätte man sich ja denken können. Was sind denn... Zurück. Was sind denn das hier für Häuser? Geschäft. Dann diese Assassinen-Pasier-Geschichte. Okay. Boah, es gibt so viel, was ich alles erledigen könnte. Ich weiß nicht, was soll ich 100% spielen? Habe ich bisher noch nie in einem Assassin's Creed gemacht, weil es auch so viel ist. Aber wir sind auf jeden Fall... Sind wir hier? Ne, wo sind wir denn? Scheiße. Ähm, nochmal Legende. Einzespielermission. Gegnerwache. Eigene Markierung. Wo steht denn... Sind Missionsziele? Mission Start. Wo steht denn, wie wir aussehen auf der Karte? Sind wir das hier? Ne. Ich denke mal... Ah ne, wir sind hier das... Das... Äh... Hier. Das Blaue. Ähm... Ja, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mir auf jeden Fall sehr bedeuten. Ob ich das Spiel zu 100% oder auch... Naja, 100% war halt ein bisschen lang, aber... Halt ordentlicher spielen soll oder einfach nur die Story mit Missionen und allem drum. Und das würde mir mal interessieren. Und... Auch so interessant, dass man von oben die Leute nicht gesehen hat. Oder zumindest. Ähm... Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zu der Mission. Und markiere mir das. Wobei das Erste, was ich mache... Warte, wo ist die Mission? Wo ist die Mission? Und eben habe ich sie doch noch gesehen. Eben habe ich sie doch noch gesehen. Wo ist das Ausrufezeichen? Wo ist es, hä? Alter, wo ist das hin? Bin ich behindert? Leute, bin ich blind oder bin ich einfach nur scheiße? Ähm... Ich dachte, das wäre hier gewesen. Bin ich komplett irre? Ah ja. Hä? Nochmal. Es ist auf jeden Fall... Alter, was bin ich denn für ein gestörtes... Hä? Ich bin... Ich bin überfordert. Ähm... Ja. Gute Frage. Ähm... Boah, ich bin blind. Entweder bin ich blind oder es ist nicht eingezeichnet. Na gut, dann ähm... Machen wir das mal so. Dann folgen wir einfach mal so. Ups. Tut mir leid. Halt, Bürger! Geheult mir auf der Stelle! Ja genau! Verpiss dich, Mama! Weck. Ungetiefert und abgeholt! Mann! Stimmt, Mann! Mann! So! Wir laufen einfach mal in die Richtung von dem Männchen. Das wird definitiv machbar sein, denke ich mal. Und ich glaube, den Verbrecher töten. Welcher ist denn der Verbrecher? Ich glaube, den Verbrecher töten wir auch nicht, aber doch ist ein Kumpel. Wo wir den Verbrecher drinnen, die ich jetzt füge. Okay. Sieht, die Schuhe! Dann versuch ich gar nicht erst. Meine... Obwohl, wir können es mal gründern ein bisschen. Wir gründeln ein bisschen. Das ist ja auch wichtig. So. So. er hat ihn einfach abgestochen er hat einfach diesen kreisler abgestochen das finde ich echt nicht cool mission ok dann gehen wir mal weiter ich glaube wir sind gleich da ich hoffe dass das lag ist schon wieder so schlimm alter bohr leute was geht hier ab das musste ich ganz ehrlich sagen regt mich ein bisschen auf weil das tut mir leid das spiel sollte das eigentlich locker aber man kennt es ja von ubisoft wo ist das jetzt gewesen irgendwie ist das unter mir ach so ja stimmt zum ordensrückkehren ich bin ja auch schlau auf da rein vor allem inzwischen sequenzen haben wir immer 40 50 60 frames auch in den laderscreen aber ich meine okay das ist jetzt nicht schwer ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht leute mal gucken wie die jetzt reagieren weil ich den typen die haben es mir erlaubt aber hier mein ausbilder der wollte das ja eigentlich nicht so oder beleg oder beleg kirchgänger haben heute eine leiche in notre dame entdeckt der volksmund nennt ihn bereits den büßer ist der gerechtigkeit genüge getan nicht vollständig sie wäre hatte in der nacht von de la sers ermordung ein komplizen dieser setzte den todesstoß das ist äußerst beunruhigend was hast du erfahren er arbeitete mit einem mann namens roi de thun der könig der bettler seid ihr sicher ihr kennt ihn gerüchte die bettler zahlen ihm tribut der mann selbst ist ein geist wir setzten drei assassinen auf ihn an zwei fanden keine spur der dritte kehrte nie zurück ich kann ihn finden sie wäre traf einen seiner adjutanten ich schulde es dem andenken an monsieur de la serre die wahrheit aufzudecken vielleicht kannst du das sogar du hast dich heute als wahre assassine bewiesen und ein wahre assassine braucht das rechte werkzeug die versteckte klinge und die rauchbomben waren also nur was ihr gerade zur hand hattet eine phantom klinge eine bescheidene aufrüstung der traditionellen assassinen klinge wo du hingehst du deinen feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen nun denn assassine der rat entsendet dich zum cours dem iracle finde dort den tempelagenten erfahre sein geheimnis und dann bring ihm frieden läuft bei uns so eins um die phantom klinge auszuwählen haben sie diese ausgerüstet drücken sie rechte maustaste für einen reflex schuss halten sie rechte maustaste gedrückt um zu zielen drücken sie die linke maustaste um zu schießen werden gegner der von berserkerklingen getroffen greifen sie ihre verbündeten an neue klingen erhalten sie im geschäft das klingt auf jeden fall schon mal sehr sehr gut und sind wir doch mal ehrlich ja also der schwarze assassine hier der wird der boss der hier ne ich weiß nicht wo der war da drüben der sieht doch einfach mal am absolut chilligsten aus ganz ehrlich das ist doch das doch mal der ober ohne scheiß der typ ich feiere den ich mag den irgendwie keine ahnung schreibt in die kommentare ob ihr den mögt black und lag so ich muss sagen hier das ist ja schon ziemlich geil hier unten ist schon nice dann gehen wir mal wieder runter schauen wir mal was wir hier so machen können wir müssen wieder da raus raus auf die streets um paris unsicher zu machen würde ich sagen guten tag da bist du so ein händler oder was warst du noch mal geschäft ne ah verbrennungsgegenstände wir sind aber überall rauchbomben könnten wir aber vier von fünf reichen eigentlich ausrüstung schleichen ausstattung ja braucht man nicht kopf nach farben klar ja okay ich finde es cool dass man am anfang direkt andere dingen ist aber ich finde das nicht jetzt so wie wir es haben eigentlich relativ cool oder wie ist das auch nicht schlecht schlecht eigentlich schon besser irgendwie finde ich viel viel besser 230 soll ich dort ausgeben da kommen können wir uns mal oder das können wir uns mal so das können wir uns mal so und dann sehen wir mal weiter ich würde das spiel sowieso noch mal irgendwann privat durchspielen und dann werde ich mich mal ein bisschen mehr damit befassen aber für das lp ist jetzt vielleicht nicht das geilste wir werden sehen vielleicht machen wir auch vielleicht machen wir auch mal was anderes draus vielleicht schreibt ihr einfach mal in die kommentare was ihr am geilsten findet und das mit dem am meisten daumen hoch im kommentaren das nehme ich dann als zum anziehen das wäre doch mal eine idee wenn wir eine riesen community wären dann könnten wir das ziemlich cool machen so genau dann gucke ich mal auf die karte weil hier ist ja schon wo geht es denn wo geht es denn hin wie ist es nicht diese ganzen aber warte mal ah deswegen habe ich das vorhin gesehen aber schwierigkeit selektiv alles genau deswegen habe ich das vorhin gesehen und da habe es dann wieder so wo ist es denn wo ist denn unser ausrufezeichen wenn ich eigentlich komplett behindert man ich bin einfach zu blöd um das alles zu sehen ah da ist unser ausrufezeichen ich dachte schon hier ja ähm ich finde wir sollten auf jeden fall uns das aber das holen wir uns in einem anderen part wir werden auf jeden fall versuchen mal hier hinzukommen das machen wir mit einer leertasse genau ähm und holen uns dann das da und dann holen wir uns noch das hier hinten und äh versuchen mal dahin zu kommen das ist jetzt äh mal eine ordentliche reise dahin also obwohl es nur eine 87 meter geht ja eigentlich ist machbar ja wir werden sehen was uns darauf der reise so äh äh passiert das mag ich ja in der open world spielen wir holen uns erst mal wir holen uns jetzt erst mal er hat einfach reingelangt und zu fast genommen was so ein arschloch das mach ich auch immer boah das wollte ich jetzt nicht alter ich wollte eigentlich dass du da junge junge springen kann er auf jeden fall dann gehen wir mal auf die reise zu unserem turm oder können wir auch die boote hier nehmen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich will eigentlich zu der nächsten brücke damit ich da rüber laufen kann ey das ist ja krass ah da ist die brücke da ist eine brücke glaube ich ja beziehungsweise ist da auf jeden fall ein Übergang das ist auf jeden fall schon mal äh sehr gut ist ja schon wieder ein schabernack hier was soll denn das die nerven mich auch ja ja kommt doch her ihr loser wo gehst du hin ja hier rüber ich will aufspielen es gibt ein das ist nicht mein problem wenn du aufspielen willst aber es nicht darfst also wie alles aussieht wir hatten schon ein bisschen lag wie es aussieht wird das projekt weitergeführt Leute freut euch ihr könnt euch freuen es wird nicht pausiert also es wäre doch so oder so noch irgendwann fertig gemacht worden sondern ich hätte es einfach nur allerhöchstens basiert und halt hups ich habe ein sperrgebiet gesteckt nämlich gut ähm ja läuft erstmal hier exekutionen und so ne aber gar nicht so schlimm das ist natürlich bitter aber wir klettern jetzt erstmal hier auf den aussichtsturm um uns die karte zu holen und schon zwei karten in einem part geholt bin ich auf jeden fall schon mal sehr sehr nice wir haben sogar noch genug zeit um noch was anderes zu erledigen ok sehr interessant wie steil der dieses ding hochklettern kann also ich würde wahrscheinlich mega abrutschen so da sind wir doch schon ganz oben so nein ich will jetzt lass dich doch fallen alter so dann das das und Wir sind ja natürlich genialer, wenn wir uns abholen, wenn wir uns abholen, wenn wir uns abholen, wenn wir uns abholen. So, dann gehen wir hier runter, da ist schon wieder ein Asozialer. Noch nicht direkt. Wir könnten jetzt theoretisch auch mal nice mit diesen Pfeilen ausschalten. Oh Mann, deckt ihn doch nicht so, ihr Söhne. Kann ich verarschen? So, jetzt aber. Boah, Alter, ich bin inkompetent. Boah, dann machen wir den. Hä? Muss ich dort noch ausrüsten? Muss ich gleich noch ausrüsten, Mama? Achso, eins, ne? Ja. Ähm. Yes. Ups. Das ist eine Weiße. Aber. Scheiße. Das ist eine Weiße. Oh, die haben wir einfach mal. Zack, 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 zack. Zack, zack. Das ist eine Weiße. Und dann ist ja... Okay. Show up! Ich bin schon mal dabei. Ähm. Wo wollt ihr denn denn? Nein. Das ist ja... Ich weiße... Erstmal, unentfeiert sein. Das wäre überhaupt nicht verschmodet. Die finden's bestimmt hier nicht. Wir sind einfach zu gut versteckt. Sau geil. okay das haben wir schon mal ganz gut gemacht den asozialen vollidioten haben wir geohnt und jetzt gehen wir wieder auf zu unserem ausrufzeichen markiert man eben auf der map hier haben wir jetzt auch die karte freigeschaltet das finde ich schon mal sehr sehr nice und ich glaube die mission machen im nächsten part und wir gehen es noch dahin und dann synchronisieren werden die map erkundungspart gemacht so gut wie und im nächsten part starten wir dann mit der mission würde ich mal so sagen das sind hier nur noch 400 meter ich finde es auf jeden fall ziemlich gut gemacht hier alles ihnen gefällt die umgebung die hat mir schon so lange nicht lange nicht mehr so gut gefallen und ja das ist doch schon mal was wenn das noch die bugs behoben werden und die ganzen legs und alles dann bin ich ein wunschlos glücklicher mensch in bezug auf dieses spiel hier kann man auch durch diese geilen gassen hier gibt so viel kram den man sehen kann das finde ich immer so geil bei assassin's creed man kann so viele sachen auch so ein kleiner friedhof mitten in der stadt ja es sind so so viele sachen die man erkunden kann auch einfach zum anschauen und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool zum glück gibt es keine ausdauer an assassin's creed sonst wäre das ziemlich lame auf jeden fall die diese mini armbrust die wir jetzt haben die phantom finger gefällt mir schon mal sehr sehr gut haben wir zwar nicht erfolgreich benutzt aber auf jeden fall schon mal gut benutzt so dass es funktioniert hat 100 meter noch das sind auch so kleine baustellen gefällt mir auch oder sind das einfach nur die slums ich glaube das die slums oder bin ich mir ziemlich sicher auch damals gab es schon ja schaut mich halt so blöd an wo willst du hin wir würden dir gerne den ausblick von der speerspitze zeigen du lass mal ich bleib lieber hier oben dann gehen wir hier hoch über die dächer nach dahin das klingt nach dem plan wie ich sagen dann hierüber danach da dann hier hoch dieser etwas abgeranzte turm wir sind glaube ich gerade ziemlich im absolut beschissensten teil von frankreich zu diesem zu dieser zeit den hat es ziemlich heftig erwischt also ich meine man sieht es ja hier mit den ganzen selten die hier eigentlich nur noch aufgeschlagen sind die ganzen leute drin leben ist ja schon ziemlich scheiße also da ist noch eine kiste aber ich glaube die ist verschlossen schloss knacken okay cool die fähigkeit gibt es auch noch also versuchen wir einfach mal hier oder wo ist denn das hier oben ah da oben so versuchen wir einfach mal das zu erklimmen genau und dann sind wir sehen wir das ist schon die dritte tour mit diesem part und damit haben wir auf jeden Fall schon mal das erreicht und damit haben wir auf jeden Fall schon mal das erreicht und wir haben das überblick neben der ganzen sache und der ganzen stadt fährt paris und ja das finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich geil ich mag das ja immer mit diesen synchronisationspunkten Genau dann würde ich sagen machen wir schluss für den part wir machen in dem nächsten part die missionen die fangen wir im nächsten part an und ich würde sagen lasst eine positive bewertung da wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten part haut rein und ciao